Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf OG Technik. Heute haben wir eine Ghoststone Survival. Und zwar sind wir insgesamt glaube ich acht oder neun Leute auf unserem Server. Neun. Neun? Also neun im Team. So, dann lese ich mal vor wer alles dabei ist. Mit dabei ist der Seedownix, der MrCreeperCop, der MAU9587, aber nur als Spectator, der Launen, der Platin, der René, der CapNations, der Flash, alias wie heißt der Endgame, der Crazy Diver und der Alessandro ja, oder Alessandro. Genau, ich kann den Namen nicht ausbrechen. Und ja, einer schießt wieder aufs Wargir rauf, das ist nämlich der Alessandros. Alessandros. Alessandros, genau. Und wir sind hier jetzt gerade alle auf dem Glow. Ihr habt das schon mal gesehen, jetzt schon zweimal glaube ich sogar, einmal mit Glas und einmal mit, was war das andere? Alessandros. Ja, genau. Und ja, ich würde sagen, ich mach einfach mal, tic, 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 tic. Gut, dass wir alle an die Truhe können, das ist echt so. Ja, so, ich nehm die ganz recht. Ja, klar, die macht die ganz recht. So, ich hab schon mal vor, ne, weil ich... Ja, ich bin doch nicht. Ich bin doch nicht gekleert. 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 Okay, irgendwann geht's los. Äh, ich hab auch kein Glowstone. Ja, das kommt jetzt gleich. In den Truhen. Und genau jetzt. Äh, ja, ja, ja. Ja, äh, jemand hat mal bei Glowstone gestackt. Das finde ich sehr nett. Ich hab kein Glowstone. War doch da. Okay, das läuft schonmal. Sonst gibt's ja einfach über die Konsole, das ist glaube ich am besten, weißt du. Äh, lol, wieso steht da 60? Oh. Das Ding hat SFAs, ne? Ja, äh, hat es. Ja, zwei Höhenstreu-SFAs, die durchkommen, scheinlich. Ähm, wo denn? Äh, an dem Fall, äh, das ist, ja, der, nicht in der Mitte, also in der Mitte von der Seite. Ach du Scheiße. Und der Rest hat morgen ja zwei 40er Artis und drei 32er. Fuck, komm, komm, bin ich dumm. Aber ich bezweifelt, dass er so gut damit umgehen kann wie, äh, wie Platin. Ja. Und wer hat's jetzt gebaut? Bitte? Wer hat's jetzt gebaut? Ich. Sie doch nichts. Mit dem Crazy Driver. Wann eigentlich? Das war... letzten... Freitag oder... Oh, wann war das? Okay. Freitag oder Samstagabend. Es war ganz spät. Aber oben der Artischurzfunktion ist ja nicht ganz... ja, das ist irgendwie ein Pale vom Redstone. Achso, ihr wartet die ganze Zeit, äh, hier mit den SFRs oder was? Ja, klar. Ich hab gesagt, zwei Minuten bevor, äh... Achso, ich bleib die ganze Zeit unten stehen, um zu gucken, ob der SFR nicht strappiert. also die Dinger, ihr solltet auch so möglichst aus der Reichweite von der SFR weggehen. Ja, ich glaub mich einfach in der Mitte straight hoch. Ja. Und in der Mitte möchte ich auch, auch aufpassen, wenn ihr die Schlichtluft belädt. Ja, die würde er jetzt noch nicht beladen. Also da... Ja, das wäre doch unfair, würde uns alle gleich können. Alter, das nimmt hier auch kein Ende, oder? Ja. Bam, ich bin ober auf dem Dach. Oh, ich auch. Ich komm gleich. Wir sind wie nur alle aufs Dach gekommen. Echt so. Ja, ich hab's auch geschafft. Oh, Party. Wer sind da hochgegraben? Wir waren so unstylisch. Ich nicht. Äh, meiner. Leute. Okay, das war ich nicht. Oh, es geht los, es geht los. Es geht los. Oh nein. Oh, da wird sie jetzt schießen. Da wird sie schießen. Oh, das wird jetzt sehr lustig. Ja, das geht schon los. Sehr lustig. Ach, bei mir sind die Sound zu laut. Wartet. Bei mir geht's halt. Ähm. Ich hab meine Sound auf 2% und das ist übel laut. Jetzt will ich mal wissen, wo der als erstes ist. Also, Durchschluss haben wir schon mal? Die schießen durch, die schießen durch. Ja, bei Glowstone ist es ja auch klar. Ja klar. Aber es ist ein 45er Glowstone Block, ne? Mhm. Okay. Man sieht auch nicht, wo der schießt, weil die Kanonen sehr tief drin liegen. Also, ich sehe es. Er schießt mit einer Artillerie, wenn ich das richtig sehe. Mit welcher? Ähm, die zweite, ne, er geht weg. Oder? Die... Die... Ja, hab ich gewusst. Habe ich gewusst. Oh, oh, oh. Lol. Ich wollte doch grad sagen, das zweite von rechts. Das war eine 40er und der hat sie wahrscheinlich falsch beladen. Ist der Glowstone eigentlich schlechter vom DT-Widerstand als Glas? Ähm, er nimmt glaube ich jetzt andere Seite. Ja. Äh, wahrscheinlich hat er aber... Der hat... Der liest die Stelle. Weiß es gar nicht. Ich schätze die nochmal gleich, ne? Ja. Ja, hoffe ich, ne. Oh Gott, ne, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ja, geht mit der mittlere Artillerie. Die mittlere. Das ist der 2-30er. Seid ihr euch sicher? Ja, ich bin dir sehr sicher. Oh, woher weißt du das eigentlich? Keine Ahnung. Ich schätze. Das ist meine Taktik, die ich mir grad so ausdenke, wie er am besten einen Schaden machen könnte. Okay. Mal sehen, ob ich jetzt echt hab. Was haben die hier mit für einen Schaden gemacht? Das ist doch... Wir fliegen drüber... Ja, die würden abfallen. Lol. Er hat sie nochmal genommen. Ach, das ist gut. Das war's. Oh mein Gott. Alter. So. Also, die sind... Jo. Ähm, jo. Ähm. Das geht da tief runter, ne? Also, ich glaub, wer da runterfällt... Der, der lebt nicht. Jo. Ähm. Das... Ach. Ja, René, wollen wir uns mal wagen? Nee. Ähm. Lass mal, lieber. Also, ich würd da noch wegbleiben. Aus irgendeinem Grund sieht man das Scoreboard so scheiße. Ich weiß nicht, was wir da erinnern können. Ist es zu groß, oder was? Nee, das ist zu... Also, die... Das ist nicht transparent genug. Äh, ey, lol. Hä? Das ist doch voll transparent. Ja, aber nicht von mir. Ach. Ich kann ja mal... Hast du... Ja, dann hast du... Ich kann ja mal das Thatcher-Pack-Track sein. Pass mal drauf. Ah, scheiße, weg hier! Was macht der? Ja, schieß wahrscheinlich nochmal mit derselben. Ja, das... Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, so dumm ist er nicht. So dumm ist er nicht. So dumm ist er nicht. Er empfindet sich die ganze Zeit auf dieser Ebene. Boah, weißt du nur das? Boah, das wird dann... Und... Keine Ahnung, vielleicht hat er Hex. Nee. Er hat die Leer gefunden. Wow. Er hat mein Professionell-Gang gefunden. Also, langsam keiner auf der Stelle aufhören. Wir wissen, dass er da drin schießt. Wenigstens weiß er... Er hat... Er hat nur noch 19 Leben. Er hat nur noch 20. Naja, es sind eigentlich... Ich glaube, er hat die Kanone kaputt. 9,9 Leben. Ich glaube, er hat die Kanone kaputt gemacht. Ich glaube, er schießt mit der mittleren Arti. Ah, meine Güte. Ist ja relativ egal. Ähm... Wie viele Blöcke dürfen wir hochbauen? Drei. Drei. Drei, okay. Ey, ich bin nicht abwesend. Ja, schau mal das in den Chat. Hey, nee, mach das nicht kaputt. Mach das nicht kaputt. Das ist nicht falsch. Da schießt jetzt gleich die Arti gegen. Ach, ich bin wieder da. Ja. Was? KevNations ist gestorben. Schon runtergefallen. Er zuft. Lol. Bestimmt. Es war nur... Hä? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Was ist eigentlich vor Arena so ein kummiges Zeichen? Ja, das liegt an den Plagnen. Ja. Muss ich noch gucken, wo der drin steht. Wie lange brauchen der zum Laden? Das ist ja nicht mehr feierlich. Mach das lieber zu hier laut. Na, oh mein Gott! Oh mein Gott! Wo gerade der Schuss? Der hat mit der Lupf gemacht. Was? Ich sag... Die haut rein. 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 seid ihr alle nur er wollte die komplette Zeit ich habe eine Vorhinein mit der Mitten mit der Mitten in den Stiftung der Welt ich bin ich gerade in Indien mit dem Login Fenster hat er liegen glaubt er geht jetzt von links nach rechts ja macht er auch ich gehe jetzt gleich machen ich glaube das war die Mitte was war das so noch nicht mehr ich habe es war klar kein kleines Podest hier alter Kreditabteilung links nach rechts jetzt das war klar das war klar malte ja hier trifft er mit den Artists nicht doch wenn er mit 8 Treppen und du belädt dann trifft man da drauf das geht überhaupt nicht das ist ja also so schlau ist er nicht das ist scheiße dass das geht das ist komisch eben hat das nämlich nicht funktioniert das mit den Sachen abbauen beim ersten Tag im Test ja also an alle Zuschauer die sich jetzt wundern wir haben ähm äh ja wir haben äh von ah wie heißt der Endgame nochmal Mr. Quaker genau haben wir das WGK-Flagrin umgeschrieben bekommen wie man das auch mal ausdrücken möchte und da sind jetzt ein paar nette Features bei die jetzt gerade noch in der Beta-Phase und ein paar interessante Bugs in der Beta-Phase genau genau die sind all-inclusive all-inclusive Cetonex wie geht's dir denn? Beispiel dieses schöne A Na Flash was brauchst du dir einfach meinen Gang zu? oh was brauchst du dir einfach meinen Notausgang zu jetzt? äh sterben wir hier auch nochmal? ja wenn der der schießt ein bisschen unklug ja der schießt sehr unklug also ja er hätte zuerst ich will einfach nur sterben der er sollte mal mit 32er schießen op arty oh ich sagte ja gerade 23er ey was war das denn? ja das war die 32er? ja aber irgend der der Veletti glaub ich falsch ich glaub der vergisst da Treibladung und so oder der macht so viel ja aber das war ja kaum Projektile als ich mein ja dann vergisst der Projektile wer ist denn da oben so durchsichtig? das ist ähm hier ja Martin ok aber ich kann den nämlich sehen ne ja ich kann den auch sehen aber so halb durchsichtig ja ja wahrscheinlich hab ich dabei wenn es gefällt guck mal nach wer das ist das ist der nein 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 was passiert woher willst du wissen wer das ist? ja ja Optifine Maltero ist gestorben achso und deswegen siehst du auch wo der Typ die ganze Zeit mit dem Kanonen rennt ja ich kann das nicht ja das ist aber irgendwie ein bisschen röd ne so ne scheiße hab da sowas in Alter so ne scheiße wie hat der was gesehen? wie hat der mich getroffen? und vor allem mit was? das war die 40er 40er ja ich sag dir der kann bis dahinten schießen oh shit so ne scheiße nein war klar war klar oh my god yes nein crazy d also jetzt werden sie alle abgemetzelt oh my god oh my god flash pvp ist aber auch knapp hier alter jetzt macht er darf ich tipps geben? meh mega alter mein gun wenn du das sagst dann schießt er was ich weiß dass der also von den neuen sind jetzt noch übrig ganz traurig ich sehe da echt gefährlich also wie schießt er mit der Fetziger da nicht weiß ich nicht ach weil man springt sieht man dass der Timeläte aber wie viele Leben denn noch 3? 3? ja das ist so extrem oh mein Gott ich gehe mal mit Invisible dann ist es glaube ich für alle Zuschauer besser ja genau das hat ihr auch grad vor und dann war ich mal so obwohl dann sieht man das Scoreboard ja nicht mehr das ist wunderschönes Scoreboard oh oh was ist passiert ich hab den in seinem Lauf gesehen ich hab ihn in seinem Lauf gesehen in der mittleren hab ich jetzt gesehen in der mittleren ok ja hab ich im Lauf gesehen Grafikeinstellungen Extreme guck mal ja dann kann ich zu dem hinten reingucken hoff ich mal und nach der Mitte muss er ja eigentlich ja hat er ich glaube da nicht ja da kommt er nicht mehr weit da kommt er nicht mehr weit ok der Glowstone Block ist schon damaged aber ich finde hier in der Mitte steht halt nix mehr da hat er sich gut abgedeckt aber ansonsten gibt es da ziemlich viele oh oh ich gehe hier weg der belädt grad die Kanone da sicher? ja ich hab ihn gesehen oh nein oh nein oh nein endlich endlich renn weg renn weg renn weg jetzt sehen wir mal wie die 40er daran abhalt also wir hoffen dass es funktioniert also man hat ihn im Lauf gesehen oh ich hab fast keinen Glowstone mehr ich auch nicht ich hab keinen Glowstone mehr ich hab noch oh er hat geschossen mit was hat er geschossen? oh nein unser Gang ist weg wer hat keinen Glowstone mehr? ich sieh doch nix und äh Mr. Creeper Kopf naja also hier im Moment nicht mehr ne? wenn er klug wäre würde er mal auf den Lauf gucken ja ja das reicht ne? uh 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 was ist? hmmm ich weiß nicht ob das sein Name Tag war ich glaub der schießt mit der Rechten irgendwo nein ja ja das war welche Rechte? welche Rechte? die hat sich hochgejagt wie geil die eine ist hier die eine ist eine 40er oder eine 24er das ist äh das sieht man eigentlich das ist welche? die da wo schon vorne der Lauf weg ist OMG jetzt sind wir die Mittlere ich hab ihn wieder im Begang gesehen oh was ist das für ein Lauch alter der macht meine ganzen Kanonen kaputt naja ich glaub nicht oder? ne ne was ist das denn hier? also ich mein das hat schon irgendwas so schauen wir mal auf die Lebensanzeige ich weiß nicht ob der Spargel das überlegen wird was? wird knapp was? wegen Spargel wieso? wieso? schafft's auch doch das hab ich auch bei Artie sind die eigentlich sehr sterbe OH MY GOSH ich hab's gesagt ich hab aus Versehen falsch gedrückt alter ey wie das aussah einfach kev nations kev nations nutzt nicht die Bugs aus ja bug using ist verboten welche Bugs denn? ja der tut die ganze Zeit hier den Block griffen mit game mode 1 ja das ähm warum hab warum gibst du den hier fly das sind nee sonst kann ich ja sterben wenn da irgendwie was gegengeflogen kommt aber ähm ja das ist doch überall so mhm nein aber das ist ja mit dem Plugin zusammenhängen wenn das funktioniert dann ist reicher die die hauen aber jetzt macht die irgendwie scheisschaden ja aber an sich also die hauen schon ziemlich in jede Richtung so unser unser netter Glücksbild hier ja kev nations ich will eben grad was hinbauen kev nations oh gott noch zwei Leute kann man einer bitte kev nations sagen kev so lol ja das geht gar nicht der Bug der muss gefixt werden ne würd mal sagen würd mal sagen das trifft uns nicht oh gott hallo alle fliegen so um mich raum hallo laune hat nicht mal vanished warum andere haben andere vanish und laune nicht das ist es jetzt warte hat die Kanone sich vor uns in die Luft gejagt ja so ich stoße mit dazu ja da kann er eigentlich nicht mehr treffen ja da kann er nur mit der Luft nicht mehr aufhören ja warte launen kannst du dir Sachen aus dem Inventar nehmen wieso wieso fachst du äh launen ich bin jetzt unsichtbar das war's doch jetzt oder leide 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 ich hab eine Minute was der machen könnte ich hab eine Minute ich hab 50 Sekunden ja bin ich ich hab jetzt nur noch 30 Sekunden Invisibility dann ist wieder weg also theoretisch könnte der mit den Artis zu uns rüberschmecken mit den 40ern aber das ich glaub der weiß nicht wie das geht oh mein gott ja brauche ich jetzt nicht ist ja eh ein 36 weg ja okay da sollte jetzt eigentlich gar nichts mehr passieren wieso beläht er die der weiß doch dass er da nichts mehr machen kann oh das kann sich daran noch erinnern sich auch nix ja boah alter kann er noch irgendwas in der Mitte erreichen ja doch da hat er doch noch einen Lupfstrich Lupfstrich ja Lupfstrich Lupfstrich ja was beläht denn gerade oh alter hey was denn wer überhaupt mich gerade geschlagen hat oh ne Malte ich ich krieg kein grafisches Interface rein irgendwie das machen wir gleich bei Skype okay weh du baust den Block unter mir ab oh er beläht die Mittlere er beläht die Mittlere was macht der denn der kann nur mit der Mittlere nix mehr machen nein das weiß er aber wie es aussieht nicht weil die hat sich ja nicht ja er könnte noch mit der mit der Rechten ja die jagen sich ja außer eben nur also er macht er macht das ganze Design kaputt ich glaub der der beläht nicht alles der beläht nicht alles alter ja was schau mal mal sehen wie der Gewinner hier sein wird nein diese Leute die dich kissen wollen die können ohne richtig beläht schlimm schlimm dann schießt mit dem Mittleren nochmal schießt mit dem Mittleren nochmal Alter das ist das ist doch nicht jetzt dein ernst komm jetzt schwenkt doch mit den 40ern zu und ach der hat sogar schon geschafft was auf Artys schon weg zu weg zu weg zu das ist das ist echt toll das muss man erst mal schaffen er muss eigentlich auch er wird jetzt nicht mit der es geht dann nach links ne er geht wieder zur Mittleren es geht dann nach oben was ach der will jetzt bestimmt im Bogen wegskillen da war nicht nein da war nicht he da war nicht ja jetzt bin ein artist bedenkt ja das ist darf ich in das Wokie reinfliegen ja kannst ruhig rein außer an die 40er bisschen ist das hier die 32er die zwei äußeren die die mittlere die ganz außen sind die 32er da komm ruhig rein okay ich mich 32 24 32 ja da beläst du unten noch was und dann ganz vorne also über den brauchstand noch ich glaube vergessen und dann vergisst auch was an treibladung ja stimmt was war das jetzt war schon wenigstens ansatz das war ein versuch ja er hat ja auch nicht den vorteil er hat ja auch nicht den vorteil wie platin letzte mal der konnte ja mal rausfliegen ja er kann auch ausgebildet so hier nach mir das weiß ich und nein darf man nicht darf man nicht lernen die Welt 2 Prozent und die Sitzung oder das Wasser und das Wasser er das sollte ich ordentlich nachher ziehen die Köln hat sie das sagt alles nirgendwo Alter, ich hoffe, wenn der schwenkt, dass der nicht den Knopf drückt. Nein, Laun, man darf nicht höher als Starblocker bauen. Alter, was macht der denn? Der muss weniger Treib und mehr Delay nach links. Hey, Laun lebt da. Wer angelt hier noch mit? Läuft bei euch? Komm, let's kill uns. Der hat in so kurzer Zeit so viele Leute verreckt. Ach, was ist der denn? Oh mein Gott. Ach, jetzt hat er erst mal weniger Treib genommen. Jetzt hat er eigentlich genau das gemacht, was ich gesagt habe. Alter, ich wäre gar fast verreckt. Ich bin gerade um, so rumfliegen und verreckt hier fast. Alter, echt, ja. Oh Gott, die Fischen. Barrelation. Die hat sich auch gejagt. Die hat sich auch gejagt. Die hat sich auch gejagt. Warte, Laun. Der hat das Wasser entfernt. Und da auch. Oh mein Gott. Die ist tot, die ist tot. Okay, es lebt noch eine 32er, richtig? Die ist tot. Und die ist auch tot. Okay, es lebt noch eine 32er. Meinte, der erste, meine Artis sind buggy. Meinte, meine Artis sind buggy, Alter. Es ist schön zu angeln. Ja, er angelt aber immer die falschen Leute. Haha. Was macht der denn? Was macht der denn da? Ja, jetzt ist der Schuss vorbei. Jetzt brauchst du gucken. Doch nicht mal, dass einer gegen Gegner fightet, macht der alles sich selber kaputt, ey. Ach, jetzt guck da vorne raus. Wow. Ja, was? Schreibt der irgendwas? Was? Ist die jetzt auch im Arsch? Nee, die lebt noch. So, wenn du die jetzt auch im Arsch gemacht hast, ey, das ist... Ja. Haha. Nur noch eine Arti in der Mitte. Ach, schwenken. Okay, können. Entspannend. Aber weiß, wie das geht. Also, ich glaub, da wird hier nix, Männer. Selbstverständlich wird das noch was. Oh, ja. Jetzt soll sich mal zusammenreißen. Man darf mit der nicht schwenken, sonst... Kabu. Bis 30,5 Stunden. Ah. 30 Minuten, Wargy gegen Klosdome-Block, ich mein. Aber da sieht man auch wieder, wie wichtig ist, ein Wargy zu nehmen, das mega flexibel ist, wirst du? Ja, mhm. Normalerweise geht das mit dem WG-Abong. Wir können ja unser neues V8-Fürsen machen. Ihr könnt das Wargy nehmen. Das ist unsimätisch. Das ist unsimätisch, weil es oben sechs Artis hat. Ja. Man hat's halt nur 66 breitgemacht dann, ne? Das ist ja unregend. Oh. Nee. Ja, lol. TG. Was? Was? Ja, der hat sich selbst... Ja, der hat sich selbst... Ist es vorbei, oder was? Ich hab gewonnen. GG. Oh, der ist plastikant. Wie? Also, ich mein, wie? Also... Wie? 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 Okay, 30 Sekunden ist es gesät, ne? In 30 Sekunden ist es gesät, aber ich glaub, das weiß ich eh niemanden ankommen. Also, das, das hab ich auch noch nicht gesehen. Ja, wo die Technik sagt. Noch 30 Sekunden. Ja. Noch 10 Sekunden. 5. Ich fahre. Ja, danke. Ich bin gestorben. Noch 60 Sekunden. Ich bin gestorben. Ich bin runtergefallen, ich bin gestorben. Oh, ich mein's mal, ähm, weißt schon. Man wird leider nur nicht zurückteleportiert. Ne, das kommt noch. Ja, es kommt noch. Es kommt noch. So, hoffe mal, dass der Boden resettet wird. Wenn nicht, liegt's am Server. Keine Ahnung, warum. Ne, das liegt nicht am Server. Doch, das muss eigentlich am Server liegen. Bei uns funktioniert die selbe Version. Oh, wird auch resettet. Passt doch. Es hat funktioniert, wow. Schlag an der beheultete Version. Uh. Ähm. Wunderbar, joo. Dann, äh. Der Artikel-Schutz nicht. Hä? Loopt das wieder? Was ist das im Weg? Nee, das liegt nicht. Oh, jetzt geht der Tag wieder in den Husten. Ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, dass sie des Dingens zu hoch ist, dass es nicht hoch genug eingestellt ist, die Region. Malto, musst mal WGT wie laut eingeben. Das loopt schon wieder. Ja. Also, Beta-Version, ne? Das sieht man hier auch nochmal. Alpha trifft eher. Drei, zwei, eins. Und jetzt nochmal eine Runde. Und jetzt nochmal eine Runde. Alter, bei mir, bei mir werden gerade die Chunks? Ja. Ähm, das kannst du so nicht schreiben, ne? Was? Mr. Griper-Kopf. Was? Du kannst das so nicht schreiben. Was? Ich habe dich nicht verschrieben. Sorry. Das, was du da reingeschrieben hast, das kannst du so nicht schreiben. Ja. Ist das jetzt relativ egal. Ich wollte eben die Aufnahme beenden. Okay, Leute. Da war es das für heute. Und wir sehen uns wieder im anderen Video. Und sagen tschau. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020